Oh Gott, ist das hier hinten wie der Mapper? Nee. Dann ruhen wir uns mal raus, so. Wir müssen nicht mehr für ihn töten. Noch fünf habe ich gezählt. Hallo Kumpel, ich muss dich leider töten. Gleich, einen kurzen Moment noch. So, jetzt hier. So, noch drei. Okay. Okay. Komm. Yeti, komm. Wo bist du? Yeti! Yeti! Der Yeti-Ritter. Trage Basen, bekämpfe den Yeti-Ritter. Mit der Macht... ...den Machtstoss. Boom! Da, der Yeti. Yeti found. So, gehen wir raus. Töten dort die... ...äh, Leib eigener. Dass die Leib eigener heissen, sehe nicht das wie Leib eigener. So. So. Kopf. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist... Oh! Tschüss! So, also... 6 und 12, ok. Holen wir noch kurz das Gestein da. Der Gestein. Ja, ein Fels. So... Dank dem Rumpfbeugen seitwärts und so geht es meinem Rücken schon ein bisschen besser. Kann jetzt ein bisschen länger sitzen. Aber schwach bin ich trotzdem noch. Oh je, das war eine Grippe, die schwächt einem extrem. Das ist hart. Das war eine heftige Grippe. Extreme Ohrenschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Augenschmerzen und Übelkeit. Und... Nein, nicht anführe. Ja toll, hier sind keine mehr. Gehen wir entbogen. Gehen wir, hier sind keine Ahnung, hier sind keine Ahnung, hier sind keine Ahnung, hier So, eine Pferde, cool. So, gut, dann haben wir das endlich, 2x13 gegen ihn zu besiegen, ohje. Von hier. 18. Welches Level bist denn du? Ich bin 18. Und jetzt? Hallo? Ja, leider ist sehr neu dieser Fall. Jetzt leitet er mich an, oder was? Was hat er für einen Clan? Vergottet Freiwildler. Das will ich aber nicht. Ich hatte mal, aber das war in 30s. Ja. Gerne. Ich weiß aber nicht, wie lange es dauert, bis ich einen eigenen Clan gründen will. Ich bin letzt Player auf YouTube. Deshalb möchte ich einen Führer. Ja? 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 Ja?